guten morgen liebe hobby tourer es ist 7 uhr 26 am 29 september heute sonntag und es kommt noch mal die sonne raus gerade hat es vier grad also ziemlich knackig aber es soll bis zu 15 grad werden heute ich fahr in richtung südosten habe mir eine schöne lange tour ausgesucht deswegen auch schon so früh unterwegs bin allein unterwegs dann freue mich auf ein abenteuer euch nämlich natürlich mit von reutlingen aus bin ich über die schwäbische alp richtung linder am bodensee gefahren vorbei an sonthofen ging es hoch zum oberjoch und in österreich dann richtung schröcken und über dornbirn wieder zurück nach hause viel spaß mit dem video und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020